Für gute YouTube-Thumbnails, die Vorschaubilder, braucht es Gesichter. Dein Gesicht sollte da deutlich sichtbar sein, aber vielleicht willst du die Nervosität im Hintergrund weghaben, vielleicht willst du eine Farbe haben, eine durchgezogene Farbe und nicht irgendwie all deine Möbel. Und du musst also dein Gesicht freistellen. Wie geht das in wenigen Sekunden? Dazu mein heutiger kleiner Tipp für dich, ein kleiner Trick. Kennst du das? Du hast ein Screenshot, zum Beispiel aus deinem Video, mit deinem Gesicht und jetzt willst du das freistellen, ohne irgendwelche Kenntnisse von Photoshop oder so. Wir haben dieses Tool da entdeckt, remove.bg. Eine Website. Musst du dich nicht registrieren für den Start damit. Nachher kostet das ein bisschen was, wenn du das professionell nutzen willst. Und ich zeige dir kurz, wie das geht. Diese Website, also remove.bg. Und ich habe ein Screenshot vorbereitet, dieses File. Ich ziehe das einfach auf die Website. Bang! Und zack! Das war in Sekunden freigestellt. Und ich kann jetzt Download machen, das irgendwo speichern in einer tiefen Auflösung. Oder ich kann HD und dann kostet es je nach Abo vielleicht 20 Cent für eine Freistellung. Es gibt verschiedene Abo-Möglichkeiten da. Wie cool ist das? Download Beispiel. Wir sind jetzt also in Canva. Canva.com, auch ein super kostenloses Tool, das du unbedingt testen solltest. Und ich habe da jetzt ein neues File, eine neue Datei will ich machen. YouTube Thumbnail, Vorschaubild. Und ich habe dieses Bild jetzt schon hochgeladen. Ich kann das anklicken. Man sieht, das ist einigermassen schön ausgeschnitten. Vielleicht ein bisschen zugeschnitten. Ich kann das hier reinpeppen. Was ich empfehle bei YouTube Thumbnails, weil die meistens sehr, sehr klein dargestellt werden. Auch auf Mobilgeräten, in den Vorschlägen, auf der Startseite von YouTube und so weiter. Dass man da ein paar kleine Einstellungen noch macht. Und zwar gehst du hier auf Edit Image und hier siehst du Brightness, Contrast und Saturation. Aber das ist nicht genug. Klicke hier auf See All und dann würde ich ein bisschen mehr Kontrast reingeben. Einige Leute sagen ein bisschen mehr Saturation. Und wichtig hier noch Blur wegnehmen. Das heisst, das ist Scharf zeichnen. Und das mag jetzt ein bisschen unnatürlich aussehen. Aber du musst daran denken, wie das dann aussieht bei Klein. Und da macht es schon ein grosser Fortschritt mit weniger Blur. Also die Schärfe ist viel besser. Jetzt hier. Fühlt sich generell die Thumbnails auch immer wieder klein anzuschauen. Was wir jetzt natürlich auch tun wollen, ist jetzt testen, wie das kommt mit einem Hintergrund. Und da könnte ich jetzt natürlich auch Elemente draufpeppen für meine Texte. Auch wichtig bei YouTube Thumbnails, dass du simple Schriftdaten verwendest und möglichst wenige Worte dafür gross. Aus dem gleichen Grund, weil die Thumbnails sehr, sehr klein dargestellt werden oft. Und das sollte sofort ersichtlich sein, um was es geht, damit du genug Klickrate hast bei den YouTube-Video-Vorschlägen oder auf den Vorschlägen auf der Startseite von YouTube, falls du da mal angezeigt wirst. Okay, das ein kleines Beispiel. Inner Sekunden freigestellt, in Canva dann hochgeladen. Simple, simple. Ein Vorschaubild gemacht. Das ist jetzt nicht das Wunderding, aber du verstehst, um was es da geht. Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch und see you in the next video.